So und wieder da bei Metal Gear Rising Revengeance, dem DLC. Wir haben gerade Metal Gear Rale plattgemacht, der von den Desperados gemacht wurde. Kann ich jetzt so behaupten, kann ich ja so sagen. Und ich will erst mal schauen, dass ich hier vielleicht ein wenig Stuff mitnehme. Bevor ich irgendwas vergesse. Oh, da oben, seht ihr? Wie gesagt. Wahrscheinlich wieder Energie oder sowas, ja. Das ist, ne, das war, meine blaue Leiste ist gestiegen. Das ist seltsame und der rennt so geil. Ich finde das so cool, wie der läuft. Boah, der Oberschenkel, Alter. Der Oberschenkel leckt mich an den Füßen. Wie schon lieb. Und hoch. Und wir wollen jetzt nach oben. Wir sollen jetzt aufs Dach kommen. Oder wie ist es nach oben? Aufs Dach? Ich weiß nicht genau. Dort war das unsere richtige Prüfung, in Anführungszeichen. Äh, wie soll ich denn da jetzt hin? Boah. Skills-Sprung, Junge. Skills-Sprung. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da wieder nicht weiterkomme. Ich vollhorst. What is here loose? Okay. Wir sind wieder ein kleines Areal mit wenig Feinden. Ein wenig Feinden. Dürfte aber, wow. So normalerweise auch nicht das Problem sein. Jetzt haben wir den provoziert. Oh, und der kann das aber auch nicht abwehren. Wie Raiden. Ja, komm. Jetzt haben wir alle die Deckung nachgelassen. Doch, der kann es abwehren irgendwie. Ne, den Hammerschlag kann er nicht abwehren. Boah, Alter. Alter. Moment, 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 Moment. Die sind stärker als... Moment, ich kann die nicht raus. Oh. Das hätte mir einer sagen sollen. Guckt sich das an. Wie Damage ich kriege. Alter, unglaublich. Ich muss versuchen. Nein. Ich habe keine Energiestoffzelle. Das ist ganz schlecht. Oh, oh. Ich glaube, den einen habe ich... Boah, fuck, ey. Ich kick den nicht down. Jetzt stirbt alle beide. Mal ehrlich. So. Shit, shit, shit. So, den haben wir jetzt aber. Wow. Habe mich aber auch angestellt jetzt wie eine Wurst, ey. Ich dachte, ich habe es noch behebekommen. Fuck, ich habe jetzt sehr viel Energie verloren, also... Fuck, ich habe noch einen. Einen einzigen, das ist nicht gut. Okay, mal schauen, wo wir jetzt hin müssen. Ich dachte hier, ah, schade. Ich dachte, ich habe jetzt damit gedacht, dass hier noch ein Energie-Teil liegt, so ein KP. Mal schauen, was wir in androfen. Ich denke, es ist nicht so, wie sie sind, Sam. Aber noch nicht so naiv. Und wie ist das? Ausgleichen wie unsere, sie sind lebendig. Du kannst sie nicht mit der Verkaufung, allein. Du kannst sie töten, ein Teil davon. Eine Karte oder zwei. Aber das Hauptsache wird es nicht mehr so überleben. Dann werde ich nur um alles zu töten. Alles von dir. Wir sind keine Bühne von Favela-Thugs. Ich sagte dir, unsere Ausgabe ist eine lebende Sache. Mit off-spring, mit Influenz. Unsere Memes. Du hast viele Streit-Gangs verletzt in der ganzen Welt. Aber... sind wir etwas näher zu der Welt? Ich bin nicht hier für den Welt. Ich bin hier für mich selbst. Nun... Das ist mehr so. Mal sehen, wie weit diese Attitude dich hierher bekommt. Gehen wir? Und es fliegen eine Million Gegner hier rum. Auf die ich eigentlich mal so gar keinen Bock habe. Und deswegen würde ich versuchen die jetzt... in der Luft mal versuchen... auszusehen. Oh, ich bin so ein Spachmat-Idioten-Gesicht, was es noch nie auf der Welt gegeben hat. Ganz ehrlich. Boah, ich bin so dumm. Okay, den ersten habe ich jetzt... Oh nein, das ist ein Gegner. Fuck. Den dürfte ich jetzt auch erledigt haben. Das hilft mir eigentlich zweimal... in den Gegensaugen. Genau. Ich habe gerade mal das ausprobiert. Und zwar... Können wir jetzt, wenn ich es so mache... Okay, ja. Das war jetzt ein bisschen... anders. Wie in der Luft kann ich das nicht machen. Wenn ich jetzt ein-, zweimal schlage und dann auflade, ist das wie eine andere Kombi, die er macht. Seht ihr, das hat er zum Beispiel den Wirbel gemacht. Nenne ich ihn einfach mal. Und wieder den Wirbel. Und mit dem Wirbel erledigen wir einfach den Gegner. Ich hätte es aber erwartet, dass hier noch so ein Metal Gear Ray mir noch entgegen springt, wenn er mir noch ein bisschen auf den Sack geht. Aber eine Katze. Vielleicht kann ich die... Wow, what the fuck? Die Katze weicht meinen Schlägen aus. Like a boss. Ich kenne eine Granate. Die brauche ich nicht. Ich würde gerne... Ja, das Gemeine ist hier natürlich, dass man jetzt... Dass ich jetzt keine... Kein Dada habe oder sonstiges, wo ich drauf gucken kann, wo eine Kiste ist. Sonst konnte ich ja mit Raiden diese Teile aktivieren. Und man hatte dann sofort gesehen... Ah, okay, hier ist eine Kiste. Und hier ist ein Item. Das ist jetzt komplett weggefallen. Ich schaue mich nur mal ein Minutchen um. Ich vermute, hier muss... Hier sollte irgendwo noch was sein. Also ich glaube nicht, dass die das einfach so lassen, wie es hier ist. Kann ich mir nicht vorstellen. Ah, genau hier. Seht ihr? Hier sind wir nämlich am... Oh fuck, wir sind am richtigen Punkt hier. Da wollte ich gar nicht hin. Ach, hier ist die Kiste. Das ist der Punkt hier, wo man auch mit Raiden hinkommt. Okay, jetzt habe ich mehr Energie. Jetzt werde ich mich hier stellen. Wer ist hier? Wo ist der? Okay, ne, wir sollen uns nur an Feinden stellen. Noch mehr Hunden. Okay, geh ich hin. Oh nein, komm. Okay, den ersten Rund haben wir somit auch erledigt. Und schnappen uns auch die Energiestoffzelle, Rennstoffzelle. So. Oh, wow, wow, wow. Aber ich habe kein Problem mit dem Gegnern, ehrlich. Boah, da geht mir auch nichts, der Typ. Tanzt die ganze Zeit von mir rum. Ich schneide den schon in 200... ...tausend Stücke. Okay, und jetzt... ...macht der Hund einen ab, wollte ich sagen. Aber... Wo ist er? Ah, da ist er. Und wir haben ihn auch down. No problem for me. Ja, mittlerweile habe ich mich auch mit dem guten Typen hier eingespielt. Und äh... ...hab weder Probleme... ...gürstede Probleme. Einzig, was mir ein bisschen Sorgen macht, dass die Energie... Der ist so krass anfällig irgendwie. Das war bei Raiden nicht so oder Raiden nicht so. Okay, wir gehen einfach weiter. Schauen, was jetzt gleich hier bei rumkommt. Ich gehe nach links. Oh, da hinten ist wieder irgendwas. Eine motherfucking... ...VR-Mission. Ja, supergeil. Supergeil. Gehen wir weiter. Und da ist auch schon eine Wache. Boah, der kriegt so richtig krassen Schlag. Das Klasse ist, der kann die einfach mit einem Anlauf... Wenn er dem Schlag trifft, kann er die einfach um... ...so, so... ...finishen. Das habe ich auch zu spät. Das habe ich jetzt auch zu spät ausgefunden. Okay, das ist glaube ich Energie, oder? Ja, ne, doch. Doch, doch, war Energie. Sehr gut. Oh. Ich habe die Blumen einfach auseinandergeworfen. Noch Göttchen, noch Göttchen. Noch fahr nochmal eine Tasche höher. Oh. Also ein Monkey-Typ. Warte, jetzt muss ich noch auf der anderen Seite gehen... ...und den auch nochmal in tausend Teile zerschnippeln. Doppelt. Okay, warte, jetzt sink ich auch down. Diese doofe Affen-Kvieh. Oh. Oh. Shit, up on. Nein, 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 nein. Kau, kau, kau. Ah shit, ich habe... Boah. Shit, 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 kau, kau. Scheiße. Ich hatte ihn fast. Oh, ich habe es versaut. Ich habe es versaut. Oh, ich habe es wieder versaut. Ich kiche hier nicht down. Ich kiche hier nichts down. Oh. Affengesicht, ehrlich. Boah. Das habe ich nah wieder freigeschlagen. Boah, schnell Energie schnappen. Und jetzt weiter um den Affen kümmern. Boah. Boah. Boah, ein Ding der Unmöglichkeit. Dieses riesen Baby hier. Endlich geschafft. Kack, jetzt habe ich meine Energie wieder verbraten. Für so eine Scheiße. Ganz ehrlich. Das ist behindert. Das muss doch nicht sein, oder? Oh, da kommt noch mehr. Boah, ne. Ne, 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 nicht so. Warte mal, was haben wir hier? Da komme ich jetzt nicht rein. Oh, komm. Jetzt. Müsste doch wieder wenigstens ein paar... Ja, oder auch keine Energie-Dinger. Auch sehr toll. Der Affe, der stört mich hier enorm. Hau ab. Boah, komm, hau ab. Und wenn es das letzte ist, was ich tue, dass ich dich hier kaputt mit tausend Teile stört. Hier, ehrlich. Die dumme Scheiß-Affen. Sechsvieh, ey. Boah. Boah. Haben wir ihn auch.